Hallo und willkommen hier bei SurfTV. Für die Surf-Ausgabe 5 2013 haben wir sieben von diesen tollen Spielzeugen getestet. Kleine Action-Kameras, die man am Mast, an der Gabel, auf dem Board oder am Helm montieren kann. Die Testergebnisse mit allen technischen Daten, Features und Vergleichen der Kameras findet ihr in der Surf-Ausgabe. Hier möchten wir euch jetzt einfach mal zeigen, welche Einstellungen da so möglich sind, ein paar Anregungen geben, aber auch einen kleinen Einblick essen, was heute an Bildqualität aus den kleinen Dingern tatsächlich so rauskommt. Wir wünschen euch damit viel Spaß und falls irgendeiner mal auf die Idee kommen sollte, sich selber sowas zu kaufen, immer gutes Licht und gute Action. Ciao! Sch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020